Venedig im 18. Jahrhundert. Der junge Giacomo Casanova ist der Liebling aller Frauen. Seine große Liebe gehört der jungen Adligen Elisabetta. Als er das Leben des französischen Gesandten de Bernice rettet, nimmt sein Schicksal eine Wendung. Sie haben mir das Leben gerettet, nur keine Scheu. Ich bin in eine Frau verliebt, aber sie ist von adeliger Herkunft. Aus Dankbarkeit nimmt de Bernice ihn an Sohnes Stadt an. Er setzt sich für Casanova ein. Doch seine Mühe ist vergebens. Die junge Frau wird einem anderen versprochen. Zwar verbringt Casanova eine Nacht mit Elisabetta, doch ihr Verlobter zwingt ihn zu einer Entscheidung.